NATO-Geheimdienst jagt AfD-Bundestagsabgeordneten. Peter Bistron ist angeschwärzt worden, ohne jeden Beweis, als Russenspion. Das ist die jüngste Kampagne, die gegen die AfD gefahren wird. Und das ist das Thema des heutigen Brennpunktes. Ja, mit dem Studio ist mein Mitstreiter André Pockenburg. Grüß dich, lieber André. Was sich da jetzt wieder abspielt, ist unglaublich seit einigen Tagen. Und liebe Zuschauer, bleiben Sie dran bis zum Schluss. Dann erfahren Sie, wer hinter der Kampagne steht. Was Peter Bistron dazu sagt, wir haben eine exklusive Stellungnahme von ihm von heute Nachmittag. Und auch, wie unglücklich sich die AfD-Spitze in dieser Situation verhält. Aber erstmal wollen wir uns anschauen, um was es eigentlich geht. Voice of Europe. Mit dieser prorussischen Internetplattform soll der AfD-Politiker Bistron in Kontakt stehen. Sie soll an russischen Desinformationskampagnen beteiligt sein. Eine tschechische Zeitung berichtete mit Verweis auf Geheimdienstkreise, Bistron soll möglicherweise Geld genommen haben. Der Bundestagsabgeordnete bestreitet das in einer Stellungnahme an die AfD-Spitze. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von einem Mitarbeiter von Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlungen oder Kryptowährungen bekommen. Bistron gilt als sehr russlandnah. Und er bedient sich der Sprache von Verschwörungsideologien. Bei der Europawahl kandidierte er auf Listenplatz 2. Der AfD-Spitzenkandidat rät ihm, etwaige Wahlkampfauftritte erst mal zurückzustellen, bis die Sache geklärt ist. Den Europawahlkampf der AfD könnten die Vorwürfe beeinträchtigen, sagt Politikwissenschaftler Funke. Und auch für KRA zum Problem werden. Die sind beide auf diesem Voice of Europe aufgetreten, diesem russlandfreundlichen Sender, mehrfach übrigens. Und die einzige Frage ist, wie viel Geld und ob Geld gezahlt worden ist. Also diese russlandfreundliche Haltung wird damit ins Scheinwerferlicht der Wahlkampagne der anderen Parteien gerückt werden in den nächsten Wochen. Der Vorstand der AfD will sich in den kommenden Tagen mit den Vorwürfen und der Stellungnahme von Bistron befassen. Ja, was sagt man dazu? Also es ist erst mal ganz wichtig festzustellen, das Einzige, was klar ist, Bistron und auch Maximilian Krah, der ja auf Nummer 1 der Europaliste steht, Bistron auf Platz 2, haben mit einem Medium gesprochen, Interviews gegeben, das heißt Voice of Europe und gilt als russlandfreundlich. Das ist das Einzige, was klar ist. Alles andere ist einfach eine schmutzige Behauptung ohne jeden Beweis. Ganz genau. Es soll ja, der tschechische Geheimdienst sagt, es gibt Tonbandaufnahmen, die belegen sollen, dass Bistron Geld bekommen hat, aber keiner kennt diese Tonbandaufnahmen. Nicht einmal die tschechische Regierung kennt diese Tonbandaufnahmen, und Bistron hat jetzt gefordert, dass der Geheimdienst des Nachbarlandes diese Tonbandaufnahmen endlich preisgibt, aber der Geheimdienst hat schon gesagt, er gibt sie nicht preis. Trotzdem ermittelt die Staatsanwaltschaft München jetzt gegen Bistron, also wie im Irrenhaus wieder. Genau. Und solange das nicht preisgegeben wird, bleibt es einfach nur eine böswillige Behauptung. Man kann sagen, man denunziert jemanden. Und vor allem, was mich so ein bisschen aufregt dabei, es wird ja so getan, als ob das irgendwie so wirklich wieder so etwas Geheimes wäre. Man hat aufgedeckt, dass der Bistron mit Voice of Europe, da ist überhaupt nichts Geheimes dabei. Der macht das ganz offiziell, und er steht auch dazu und sagt, ich bin im Russland freundlich, und ich vertrete die und die Meinung, da ist überhaupt nichts Geheimes dabei. Und dieses Medium ist nun mal ein Medium, wie viele andere Medien. Und auch, wie viele Internetplattformen, wie viele Social-Media-Plattformen, wie viele andere Medien. Und jetzt wird einfach versucht, irgendwas daraus zu stricken und zu konstruieren. Leider, lieber Jürgen, kenne ich die AfD sehr gut und weiß, dass das sehr wahrscheinlich zumindest erst mal auch wieder auf fruchtbarem Boden treffen wird. Über die AfD sprechen wir nachher noch. Ich wollte noch darauf aufmerksam machen, die Parallelen. Wir haben zwei große Geheimdienstintrigen gegen die patriotischen Kräfte erlebt. Viele kleine auch noch, aber zwei große. Das erste war Ibiza, wo ja mit geheimdienstlichen Methoden auf der Mittelmeerinsel HC Strache, der damalige Vizekanzler, ausspioniert worden ist, und perfide zusammengeschnittene Videos präsentiert wurden als Beweis, dass er angeblich sich hätte bestechen lassen und die Macht übernehmen und alles, alles, alles. Und dann war HC Strache weg. Das war die erste. Und die zweite Geheimdienstoperation war natürlich korrektiv, die sogenannte Potsdamer Konferenz zur Deportation, wo man auch Bilder gezeigt hat, wie sich Leute treffen. Da war der österreichische Kolumnist von Kompakt im Bild. Und dann hat man Behauptungen aufgestellt und nie belegt. Jetzt ist es der dritte große Schlag und im Unterschied zu den beiden anderen gibt es noch weniger Beweise. Weil bei HC Strache, bei Ibiza, da gab es ja Videos, die wurden nur manipulativ geschnitten. Und bei Korrektiv, also dieser Potsdam-Konferenz, da gab es auch Aufnahmen, da hat man in das Hotel am Lignitzsee rein fotografiert und wollte damit zeigen, dass sich da irgendwas tut. Auf den Bildern war auch nichts zu sehen, aber es gab ein bisschen was. Jetzt gibt es gar nichts, überhaupt nicht, aber die Republik jagt den Russenspion. Und in beiden Fällen, Ibiza-Video oder auch jetzt Deportationskonferenz, hat sich hinterher ganz klar herausgestellt, es war ein Fake, es war wirklich nur denunzierend angesagt, mehr nicht. War bei Strache genauso, wie jetzt auch bei dieser zweiten Wannsee-Konferenz. Das Schlimme ist nur, die Folgen daraus waren erst mal da. Und auch ein HC Strache ist ja bis heute nicht wieder gutgestellt worden in Österreich. Dass ein Dinge dann passiert, die kannst du nicht einfach wieder umkehren. Der große Gegenrechtsansturm in Deutschland, der fand ja auch erst mal statt aufgrund der Deportationsangeblichen Fantasien. Alles nur heiße Luft. Deswegen sollte man ganz ruhig bleiben. Bei jedem solchen Angriff kann man schon von vornherein davon ausgehen, es ist nur heiße Luft. Und du sagst es richtig, im Fall jetzt bei Büstron ist ja noch weniger dahinter. Das heißt, man müht sich noch mehr ab, irgendetwas zu konstruieren. Das heißt also, die Not der Obrigkeit muss wohl sehr groß sein. Ich finde es interessant, dass Bistron zum Zielobjekt dieser Schmutzkampagne wird. Es ist, glaube ich, nicht zufällig, denn er spielt eine große Rolle als Netzwerker, um den Frieden zu erhalten. Er hat Kontakte in die Ukraine, nach Russland, auch zu Viktor Orban, sehr gute Kontakte, auch über den großen Teich, in das Umfeld von Donald Trump, Stephen Bannon zum Beispiel. Und so einen Mann jetzt wegzuschießen, würde der AfD die Möglichkeit nehmen, entspannungspolitisch überhaupt tätig zu werden. Also Frieden mit Russland ist das Thema von Peter Bistron. Und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir ihn am kommenden Samstag bei der nächsten Station der Blauen Welle in Sonneberg dabei haben. Am 13. April, 17 Uhr in Sonneberg. Und liebe Zuschauer, das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um aktiv zu werden für einen guten Mann, Peter Bistron, der nicht kaputtgespielt werden darf und der sich dort auch sicherlich aus erster Hand äußern wird über diese NATO-Intrige gegen ihn. Hier ist der Chef des tschechischen Geheimdienstes, ein gewisser Herr Kudelka. Man muss wissen, Peter Bistron selber ist tschechischer Herkunft. Und deswegen kam er auch auf den Kieker dieser Leute, weil er hat eben nicht nur in Deutschland ein Publikum, sondern vielleicht noch ein größeres in seinem Herkunftsland oder im Herkunftsland seiner Eltern. Und er ist dort auch aufgetreten, wir werden es nachher noch sehen, auf einer großen Kundgebung Ende 2022 mit über 100.000 Leuten für den Frieden und gegen die Sparmaßnahmen zugunsten des Krieges auf dem Wenzelsplatz in Prag. Und jetzt die neue Regierung, die Regierung hat ja gewechselt vor anderthalb Jahren und seither ist eben eine knallharte NATO-Bande an der Macht. Und die liefern jetzt im Alleingang 300.000 Artilleriegranaten an die Ukraine oder an das Zelensky-Regime. Wahrscheinlich werden wir es natürlich wieder zahlen, aber die Tschechen sorgen für die Herstellung. Und die Tschechen oder die tschechische Regierung unterstützt ja auch Macron beim Einmarsch von Bodentruppen in die Ukraine. Das sind ganz, ganz, ganz schlimme Finger. Und natürlich stört sie jemand wie Peter Bistron. Richtig. Vor allem vor dem Hintergrund, du hast schon gesagt, Herr Kudelka ist ja quasi das Pendant zu Haldenwang und wirklich der Oberaufseher, der ganz klar transatlantisch pro-westlich eingestellt ist. Und die haben ein Problem dort. Die Regierung in der Tschechei, Tschechisch-Slowakei hieß es ja, meint der Tschechei in der heutigen, hat ein Problem, denn nicht wie in der Slowakei haben die jetzt eine Regierung, die sich neutral verhalten will, die tatsächlich sagt, nein, wir machen dieses Spiel West-Ost nicht mit. Wir wollen auch keine Waffen mehr liefern und kein Geld mehr liefern in die Ukraine. Nein, nein, die Tschechen, die haben das Problem, eine Regierung, die tatsächlich vollkommen einseitig pro-westlich eingestellt ist, man möchte fast sagen, westlich installiert ist, aber im Volk gar nicht mehr gemocht wird. Die Oppositionsparteien dort sind auf dem Vormarsch. Nach letzten Umfragen würden die sehr gut abschneiden. Die jetzige Regierung würde nicht mehr zum Tragen kommen. Das heißt, man sieht die Fälle davon schwimmen. und die größte Oppositionspartei, ANO oder ANO, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, genannt wird, die sind so stark, haben so einen starken Zuwachs, dass der ehemalige Ministerpräsident, der schon mal am Werk war, solchen Zulauf bekommt, dass die gar nicht mehr einen auswissen. Das heißt, dort hat man wirklich dasselbe Problem wie in Deutschland. Die Obrigkeit wird vom Volk nicht mehr gewollt, nicht mehr getragen. Bei normalen Wahlen würden die abschmieren im Moment, also müssen repressive Maßnahmen rausgeholt werden. Und es wird eben gezeigt, jawohl, wer uns nicht in den Kram passt, wird denunziert, wird mundtot gemacht. Dasselbe Spiel wie in Deutschland. Ja. So, jetzt kommen wir hier zu einem weiteren Player in dieser Geheimdienstaktion. Also man muss sehen, der tschechische Geheimdienst hat es zunächst durchgestochen an eine Zeitung oder ein Portal, das heißt Denik N. Und die haben das veröffentlicht ohne jede Beweise. Ist auch ein Geheimdiensteorgan. Das kennen wir ja, ohne Beweise. So wie Korrektiv. Richtig. Aber das war erst mal nur auf Tschechisch. Und dann musste das ja in der Weltgeschichte verbreitet werden mit Übersetzungen und mit Multiplikatoren. Und das hat hier eine NGO übernommen. Man sieht es oben im Kopf. European Values oder im ganzen Titel European Values Center for Security Policy. Also Europäisches Wertezentrum für Sicherheitspolitik. Das ist auch schon so ein Begriff aus der Giftküche der Amerikaner und Briten. Und die sagen jetzt, sie sind eine NGO, aber haben letztes Jahr eine Tagung gemacht und da habe ich jetzt von ihrer Website heraus fotografiert, wer ihre Tagung unterstützt hat. Also wir haben die schwedische Botschaft, dann haben wir die Europäische Kommission, dann haben wir die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Regierung von Kanada, Regierung der Niederlande, aus der gesamten Tschechischen Republik, hier die NATO und ganz unten noch die US-Botschaft. Also alle bösen Buben sind beieinander, aber die behaupten, sie sind NGO. Also es ist ja heute überhaupt bei diesen ganzen neuen Woken-NGOs, die ja behaupten, also nicht Regierungsorganisationen zu sein, die sind ja heute alle unterwegs im Auftrag der Regierung und sogar auch mit dem Geld der Regierung beziehungsweise des Steuerzahlers. Also das sind eigentlich verlängerte Arme der Staatsregierung und diese wahrscheinlich wieder transatlantisch gesteuert. Ja. Gut. Wir haben jetzt auch die Stellungnahme von Peter Bistron von heute Nachmittag. Brennt aktuell. Hat er exklusiv jetzt für Kompakt aufgenommen. Er ist gerade in Brüssel. Ich wollte ihn eigentlich hier im Studio haben, aber er ist in Brüssel. Wir sehen jetzt eine klassische globalistische Kampagne, um eine starke Fraktion hier im Europäischen Parlament der populistischen Parteien zu verhindern. Diese Kampagne hat alle Merkmale von globalistischen Kampagnen. Es ist schon wie bei Ibiza und wie bei anderen. Man versucht mit Hilfe der Geheimdienste, die von staatlicher Stelle, von den Regierenden gesteuert sind, erfundenes Kompromaterial in die Öffentlichkeit zu tragen mit Hilfe der Mainstream-Medien. Frei erfundene Vorwürfe werden lanciert, werden tausendmal wiederholt. Das soll unser starkes Einziehen in das Europaparlament verhindern. Dem stellen wir uns entgegen. Wir halten uns zusammen. Wir werden diese Wahl gewinnen und wir werden hier in diesem Europäischen Parlament die stärkste Fraktion stellen. Davon bin ich überzeugt. Ja, das gefällt mir an ihm. Er ist offensiv, er ist gut gelausch. Er ist nicht jetzt betröppelt oder geht in die Defensive und ja. Und beschwört auch den Zusammenhalt. Der ist jetzt tatsächlich umso wichtiger. Ja. Wir haben hier noch eine Aufnahme von ihm. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Fantastisch. Ist bei der Rede vor den über 100.000 im Dezember 2022 auf dem Wenzelsplatz in Prag. Also ist er wirklich gut angekommen und auch ein Beweis für seine gute Wirkung über die Grenzen Deutschlands raus. Aber jetzt können wir nochmal zurückkommen auf die Art und Weise, wie jetzt die AfD da furchtbar herumeiert. Ja, wir haben ja erleben müssen, die Sache wurde hochgespielt natürlich vom Spiegel und von den anderen Verdächtigen. Der Spiegel, der ja in den letzten Jahren 4 Millionen Euro von Soros bekommen hat, will jetzt einen verdienten Politiker als bestechlich anschwärzen, ohne jeden Beweis. Auch Wahnsinn. Also die Sache wird hochgekocht und dann hat die AfD-Spitze, in dem Fall Alice Weidel und Tino Chrupalla nichts Besseres zu tun, als dem Bistron ein Ultimatum zu stellen, bis gestern 14 Uhr sich zu äußern. Ja, und jetzt haben wir ja die Situation, wir haben es vorhin im Einspieler gesehen, Maximilian Grah legt ihm dem Bistron nahe, dass er gar nicht mehr auftritt im Wahlkampf. Es wird sogar schon diskutiert, er kann ja nicht mehr von der Liste runtergekickt werden, aber er soll das Mandat nicht annehmen und so weiter und so fort. Welchen Reih machst du dir da drauf? Da hat sich leider, muss ich sagen, über die vielen, vielen Jahre in der Spitze der AfD nicht viel geändert. Es war immer so, sobald das System ein Stöckchen hinhält, springt die AfD-Spitze nicht nur drüber, sie fragt auch noch wie hoch. Und das ist wirklich, wirklich befremdlich. Der Zusammenhalt, den Kreide der Beter-Bistron hier nochmal wirklich herausgestellt hat, der müsste kommen. Man müsste klipp und klar sagen, Leute, uns ist doch völlig klar, dass ihr uns jetzt hier wieder mit Schmutz überziehen wollt. Ihr werdet unsere Reihen nicht aufbrechen. Und an dem Tag, wo ihr uns mal was Konkretes vorlegt, beginnen wir darüber nachzudenken und nicht er. Punkt, aus. Das wäre die richtige Vorgehensweise. Ich muss dir an einem Punkt widersprechen. Zwischendrin hat sich die AfD ganz gut gehalten. Ich erinnere jetzt nochmal an die Korrektivaffäre, Potsdamer Deportationskonferenz. Als das rauskam, ich glaube am 9. Januar, hat die Parteispitze nach ein, zwei Tagen schon sehr dezidiert gesagt, wir haben die Pressekonferenz von Alis Weidel damals gezeigt. Sehr dezidiert gesagt, das ist ein Skandal, aber kein Skandal von uns, sondern ein Skandal der Medien, dass sie hier Behauptungen und Lügen streuen, ohne jeden Beweis. Das war eigentlich ein super Statement und es gab auch, wie du dich erinnerst, in dieser Sache gar keine Distanzierung von dem bösen Österreicher, der hauptverantwortlich sein soll für Potsdam, sondern, okay, man hat sich souverän gegen die Desinformation gestellt und jetzt aber völlig andere Frage. Genau, man hat nicht daraus gelernt und ist dabei geblieben. Wahrscheinlich war dann der gesellschaftliche und staatlich orchestrierte Ansturm dann doch wieder zu viel für die AfD. Man hätte ja sagen können, genauso müssen wir das zukünftig auch machen, aber nein, es gingen Menschen auf die Straße, haben gegen rechts, gegen die AfD demonstriert. Das hat scheinbar leider doch Eindruck gemacht bei der AfD-Spitze und jetzt in diesem Fall knickt man wieder ein, macht es wie früher und das ist sehr schade. Man hätte aus diesem wirklich positiven Fall Deportationsaffäre, die es gar nicht gab, lernen können, lernen müssen. Richtig. Ich glaube, es könnte auch damit zusammenhängen beim Thema Migration oder Remigration, das ist ja der Markenkern der AfD. Da gibt es eine größere Einigkeit. Da gibt es eine größere Einigkeit. Jetzt geht es um Russland und schon melden sich die transatlantischen Strömungen und Büchsenspanner innerhalb der AfD-Gremien und versuchen, den guten Bistron, der wirklich die Kohlen aus dem Feuer holt und bundesweit für Wählerstimmen sorgt im Sinne, Frieden mit Russland ist ja populär, die versuchen, ihn jetzt da praktisch kalt zu stellen. Da habe ich wirklich einen sehr schlechten Eindruck. Es kann schon sein, dass wirklich so ein bisschen eine Verschiebung innerhalb der AfD stattgefunden hat. Der große Grabenkampf war ja bisher immer, die einen sind rechts, die anderen sind noch etwas mehr rechts und dazwischen war der Graben. Ich glaube, das hat sich mittlerweile erledigt. Der Verfassungsschutz macht da gar keinen Unterschied mehr. Es sind alles böse Rechte und der neue Graben ist spürbar aufgemacht worden wirklich zwischen den, ich sage es mal salopp, den Transatlantikern und zwischen den Russlandfreunden. Und ich glaube, da gibt es erhebliche Spannungen in der AfD und es kann sein, dass bei so einem Fall, wo es natürlich jetzt um eine dieser beiden Seiten geht, von der anderen Seite auch Druck gemacht wird, man nicht den Schulterschluss probt und sagt, wir diskutieren das intern aus, was denn die Ausrichtung sein soll. Nach außen gibt es Geschlossenheit, wäre zu wünschen, wollen die Bürger draußen auch so sehen. Ich glaube, das kann schon auf diesen Grabenkampf zurückzuführen sein. Ja, es wird angeblich auch zu den Maßnahmen gegen Bistons auch gehören, ein Auftrittsverbot im Wahlkampf. Gott sei Dank macht der KOMPAK keinen Wahlkampf für die AfD, sondern ich will noch mal erinnern, wir machen eine Friedenskundgebung, überparteilich und da ist natürlich Peter Bistron am nächsten Samstag in Sonneberg hochwillkommen und da werden sich noch mehr andere standhafte Leute finden, auch die Landtagsabgeordnete Olga Petersen aus Hamburg und du bist auch dabei. Genau, ich bin da bei, die Elena Kolpasnikova ist dabei, das sogenannte Putin-Fangirl, wie es hier überall genannt wird in der Systempresse und richtig, das ist ein allgemeiner Wahlaufruf, nicht der Wahlaufruf für eine Partei und dass sich jetzt der Maximilian Gra so geäußert hat, dass also der Peter Bistron im Wahlkampf nicht auftreten solle, erst mal, ist schon wieder ein Etappensieg für genau diejenigen, die das Ganze angezettelt haben jetzt und diese Siege darf man dem System einfach nicht einräumen. Liebe Zuschauer, KOMPAKT hält das Friedenslager zusammen, deswegen machen wir jetzt auch die blaue Welle, um parteienübergreifend die stabilen Leute in dieser brenzligen weltkriegsnahen Situation zusammenzuhalten und zu zeigen, das deutsche Volk will die NATO nicht haben. Am nächsten Sonnabend in Sonneberg wir machen weiter Fernsehen, auch an diesem Wochenende, wo wir sehr angespannt sind, gibt es wieder Sendungen Samstag 12 und 18 Uhr und Sonntag ebenfalls 18 Uhr. Bleiben Sie uns gewogen, mit der AfD sind wir kritisch, aber Björn Höcke ist der, dem zumindest ich vertraue und wir haben ja die schöne Silbermünze zu seinen Ehren gemacht, den KOMPAKT Höcke-Taler, haben wir die Woche schon darüber gesprochen, ich will gar nichts mehr darüber verlieren, kriegen Sie bei uns im Shop und jetzt sehen Sie einen kleinen Film, um eine gute Wochenendstimmung zu haben, wie im heimeligen Erzgebirge unsere Silbermünzen meistens hergestellt werden. Danke fürs Zuschauen, teilen Sie, abonnieren Sie und gewinnen Sie neue Freunde für den Kanal, der stabil die Interessen des Volkes verteidigt. Sehr schön. Bereit, spaziert. Mein Name ist Karsten Teubner, Jahrgang 1965. Ich bin hier im Erzgebirge geboren, aufgewachsen, in einer, ich sag mal, behüteten Familienwelt, in einem Sägewerk, was dem Urgroßonkel gehört hat, habe ich meine Kindheit verbracht und wenn Sie dann als kleiner Junge mit der Großmutter, zur Urgroßmutter, immer mit hin mussten, dann war das für ein Kind total langweilig. Und ich habe mir die Zeit damit verbracht, dass ich in den alten Kommoden nach Schätzen gesucht habe, da gestöbert habe und hatte dann tatsächlich auch einen kleinen Silberhort entdeckt, den also die Urgroßeltern in ihrer Kommode aufbewahrt hatten. Und deshalb bin ich halt Münz- und Medaillenfabrikant geworden. Sie befinden sich hier in einem der ältesten Häuser der Stadt Schwarzenberg. Die Stadt Schwarzenberg ist natürlich eine Verwaltungsstadt gewesen in einer Region mit ganz viel Bergbau und gerade im Mittelalter sehr stark vertreten der Silberbergbau. Wir haben uns also gegen 2017 entschieden, wir produzieren jetzt selber Münzen und Medaillen, eben aus Silber, weil das so schön passt zum Erzgebirge. Und verkaufen das natürlich an private Interessenten, die individuelle Motive haben möchten. Wir verkaufen das an Händler und verkaufen eigentlich auch an verschiedene Unternehmen der Regionen. Ja, wenn wir also jetzt zum Silber oder auf Silber zu sprechen kommen, dann kann man sagen, dass das Silber, also das reine Metall, das ursprüngliche Geld war und zum Teil heute noch ist. Ja, verschiedene Kunden, die uns hier aufsuchen, die haben irgendwo das Bedürfnis, erstens nach Sicherheit. Die suchen also eine gewisse Anlage, Möglichkeit, verbunden mit einem emotionalen Wert. Also die Menschen haben schon begriffen, dass sie mit diesem Metall, Silber oder auch Gold, mit der Münze, mit der Medaille einen Wert besitzen und den wollen sie nicht mehr herausgeben. Mit diesen Medaillen bekennen sie sich zur deutschen Geschichte und Ehren unsere drei großen deutschen Helden. Friedrich der Große, Otto von Bismarck und Erwin Rommel. Wo findet man das heute sonst noch in Silber geprägt? Silber ist außerdem eine gute Möglichkeit, wie sie ihr Kapital vor der Inflation schützen können. Silber ist wertbeständig. Greifen Sie jetzt zu. Das Angebot gibt es unter kompakt-shop.de Die Schlaupte sind mango-エisiger. Reiner von der Inflation und die Schlaupte sind eine gute Möglichkeit, und die Schlaupte sind verbleibliche Schlaupte sind. Die Schlaupte sind und die Schlaupte sind auch die Schlaupte sind geöffnet. Sie sind schlaupte, wenn sie zu verbleibliere weiss Inflation